Freunde, was geht ab? Hier ist der Calvin. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, bei dem es so ein paar Einblicke gibt jetzt in das Treffen mit den Business Bootcamp Academy Teilnehmern. Kann man mich überhaupt hören? Es ist so geil hier mit dem richtigen Mikro, oder was? Oder kann ich noch ein bisschen näher ran? Oh oh, nicht so nah, nicht so nah. Also ihr seht, hier ist ein Geräuschpegel abnormal. Ja, Business Bootcamp Academy ab und zu macht man auch mal so ein Meet & Greet. Dieses Mal in Heidelberg, das werden wir jetzt mit Sicherheit öfter mal machen. Und wir haben 15 Teilnehmer, die zum Teil viele Stunden weit gefahren sind. Und der Dennis hinter der Kamera, der gibt euch jetzt noch so ein paar Einblicke, wie das alles war. Genießt einfach die Bilder und ich bin auf jeden Fall morgen wieder mit einem neuen Video dann für euch da. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß mit den nächsten Bildern. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß mit den nächsten Bildern. Dein Pitch. Dein Pitch. Dein Pitch. Dein Pitch. Dein Pitch. Dein Pitch.